Mal probieren gegen die normalen Menschen dann. Oh, woher kommst du? Du warst aber irgendwie lieb. Du wolltest uns gar nicht wehtun, glaube ich. Yeah. Oh, Leben. Leben. Oha! Ich hab's sogar drauf, so einen Spuck zu machen. Ich wusste ja nicht, weil das hier im Spiel existiert, hab ich nur geraten. Ja, das ist ein bisschen so... Die Tastereinfolge ist wie in Metroid. Oh Gott, ich hab echt keine Ahnung, wie groß das Spiel ist. Wir haben irgendwas bekommen. Einen längeren Stab. Einen Moment, die Items geben einem doch was. Okay. Ja, ich wusste, von hier kommt was. Äh, lass mich ran. Na, irgendwas ist nicht gut mit den Steinen. Ist ein Secret jetzt, weil ich glaube, nicht jeder kommt darauf, es zu zerstören. Ich weiß es nicht. Hier oben kommt auch nicht jeder hin. Boah. Ein Leben, wie genial. Ich glaub, das ist gar nicht mehr so unnützig. Ich glaub, das Spiel wird schon am Ende wirklich schwer. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich mit Safe States gespielt hab. Das ist echt alles in Vergessenheit geraten. Ich tippe aber auf Safe States. Bitte keine Falle. Okay. Falle schaut anders aus. Aber das Lach ist tödlich. Das ist klar. Na, noch ein Leben, aber jetzt seht mal. Hier kommen Gegner. Oh yeah. Ein Apfel, ein Apfel. Oh Gott, Zielsucherraketen. Geht mir nur weg. Oh Gott. Fieser geht's nicht, oder? Ah, nee. Okay, hier geht's nicht. Steine. Ja, ich wusste es. Scheiß, die kaputt. Hm, hm, der geht weiter. Oh Gott. Oh Gott. Das war hart, das war hart. Ja, und dass ich da reinspringe. Meisterleistung klein. Oh Gott. Alter. Ich hab gesagt, ich spiel's schwer. Oh. Moment, was ist los? Was ist los? Ich kann jetzt down-cam ja mehr als so ein kleines Power-Up, oder? Haha, das ist mal gut. Was nutzt du denn aus, solange wir das haben? Na, nicht mehr. Ha, wie viel Leben wir schon haben. Ja, wir haben grad eins bekommen, das haben wir gehört. Oh. Alter. So geht's. So geht's. Nein. Deswegen hab ich das jetzt hier ganz nicht gemacht. Geht das hier hoch? Ja, es geht. Oh Gott. Ich wär echt dumm, wenn ich jetzt den ganzen Weg zurückgehen würde. Gibt's hier was in der Ebene? Oh, da gibt's was. Oh Gott, wie Hightech-mäßig. Und noch mehr Leben. Also das Ganze, die ganzen Sequels hab ich hier beim ersten Mal durchzocken nicht gehabt. So, raus hier. Oh, wieder runtergefallen. Na, von links kommen wir bestimmt. Gehen wir hier weiter? Oder? Nee, hä? Moment. Ja, es geht links weiter. Okay. Nein! Also jetzt weiß ich selber nicht weiter. Hm, wir müssen mehr links. Na, aber da links. Nein, nein, nein. Genau das ist eben falsch. Dieses links. Genau. Oh Gott, hier kommen ja die Felsen. Ich muss jetzt nicht immer vorsichtiger sein. Nein! Hier sich verlangsamt. Kommt mir mal hier nach. Nee. Nun, hier kommt man. Ich sagte ja, es ist ein Labyrinth. So. Affel Collected. Okay, nicht witzig. Und mir ist auch egal, ob ich jetzt irgendwelche Secrets auslasse, denn wir sind genug. Das ist ein Secret, na super. Na gut, das ist nicht schlimm. Wirklich sehr lahm. Egal. Hier geht's wahrscheinlich weiter. Oder weh, ich bewege mich wieder im Kreis. Nee. Warum geht's runter jetzt? Äh? Hm, das Labyrinth ist echt unangenehm. Nee, es geht hier schon weiter. Also diese Attacke der Arnen, oder besser gesagt keiner mehr, ist wirklich nützlich. Nee, nun ist es einfach strahlend. Ich werde halt einfach jetzt nachgucken. Wikipedia gucken, wie es hieß. Genau. Und dann werde ich's euch beim nächsten Mal sagen. Ey, komm schon. Wir wollen Pila verreichen. Ah, komm schon. So ein Stab, so ein Stock in die Fresse zu bekommen, ist bestimmt nicht angenehm. Oh, riskant. Nein! Es ist... Bitte, es geht weiter. Na, nur wo? Links geht's weiter, rechts geht's weiter. Ich hab null Ahnung. Das sieht überall richtig aus. Das ist immer das Blöde. Ja, okay. Von hier kommt man. So. Wir tun euch ja einfach überspringen. Scheiße. Sie sprennt es sogar richtig. Lol. Er hat mit seiner Faust die Schüsse aufgehalten. Oh, oh, oh. Jetzt ist unsere... Unser Kammermaier stärker geworden. Oh, ja. Was das jetzt schon kommt, hätte ich nicht gedacht. Aber ja, wir müssen uns dafür länger aufladen. Also jetzt weiß ich, wir sind richtig. Oh, kommt schon. Ah, der geht ja in die Luft. Das ist nicht gut. Und ja, wir haben, glaube ich, eine größere Reichweite. Genau. Ja, mein Leben sieht nicht rosig aus, merke ich gerade. Okay, gleich kommt's. Gleich kommt's. Meine Technik. Oder auch nicht. Ich glaube, die Gegner kann ich auch so hin. Ja. Die Glocke. So.